Machen wir mal so. Machen wir mal so. Die vier Waffen haben wir an Überschuss. Vielleicht verkaufe ich davon mal zwei. So, und nun... Ich möchte wieder kein Geld raushauen. So, und den Rest fülle ich mal mit Geld auf. Ersatzteile... Wir haben keine Ersatzteile. Oh Mann. Und der Farmdom ist nicht ganz so wichtig. Eigentlich brauchen wir den Mega-Kollektor viel dringender. Und jetzt habe ich Angst, dass mir gleich das Geld fehlt dafür. So, Kollektoren laufen schon wieder aus. Wie weit bist du? Für noch drei. Also, Erz kommt gut dran. Stärke kommt gut dran. Ja, immer her damit. Immer rein mit dem Saft. Nehm ich gerne. Danke. Okay. Wolkendecke geht zurück. Sonne geht auf. Hervorragend. So hangeln wir uns durch, bis wir dann endlich mal weiter sind. Ja, ich denke, ich komme nicht drum rum, noch ein paar Kollektoren zu bauen. Weil wir einfach die Sicherheit benötigen. Okay, immer noch überall Symbole drauf. Die gehen aber... Ja, baue ihn. Exzellent. Okay. Bist ja noch im Einzugsbereich. Hervorragend. Ja. Abwarten und Tee trinken jetzt sozusagen, ne? Warum habe ich denn drei Halbleiter fertig? Wegen den Robbys, ne? Du stellst mir Bohrbots her. Wie viele Bohrbots habe ich eigentlich? Wie viele Bohrbots? Fünf. Achso, seitdem sind ja auch die Arbeiter ein bisschen entlastet, ne? Seitdem die nicht mehr die Fabrik müssen, sage ich schon. Die, die, die. Ne, ne, ne? Mine. So. So. Ne, das will ich nicht. Das da will ich. Bitte Transportbots herstellen. Hm, hm. Waffenwerkstatt. Ersatzteilwerkstatt. So. Zwei Dinger für Ersatzteile. Achso, das Eisen habe ich verbraucht, ne? Deswegen kam auch kein Ersatzteil ran. Denke ich. Dass es da lag. Hm, 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 hm. Müssen da mehr umwandeln. Guck mal hier. Hm. 65 Prozent. Nö. Einfach nö. Tschüss. Hm, 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 hm. Theoretisch, denke ich, haben wir genug davon. Wir haben, glaube ich, nur nicht Leute, um das zu bedienen. Und ich sehe, das Essen geht runter. Das Essen geht runter. Ist der schon ziemlich voll? Können wir hier noch was hinsetzen? Echt nicht. Hm, na gut. Ehrlich jetzt. Krankenstation. Moment. Trotz Schutz. Boah, wie fies. Na, so. Ja, Energiespeicher. Schon wieder kritisch. Yeah. Super. So. Gehen wir da mal einen in Auftrag. Ich müsste jetzt raten, also ich würde mal sagen, zwei Stück fehlen mir. Also die Füllung von Zweien, um die Nacht komplett durchzukommen. Müsste man jetzt sehen, wie das mit dem Blitzen ist. Wie viel die jetzt gebracht haben. Geht aber, ne? Auch wenn da Symbole drauf sind. Scheint noch hinzuhauen. Ding, ding, ding. Gut. Vielleicht noch eine Kantine. Und da haben wir die kleine Startkantine. Dann haben wir hier eine große. Sonst haben wir... Das ist eine Bar. Sonst haben wir noch keine. Vielleicht eine zweite Kantine, in der auch Nahrungsmittel bereitgestellt werden. Jetzt geht das wieder. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr. Aber diese Schwankungen, die machen mich immer ganz nervös. Und da... Und da kommt auch schon der Ingenieursbot. Bauen. Fleißig bauen. Ja, braver Bot. Braver Bot. So, dich kann ich da hinsetzen. Bist du noch im Bereich? Ne. Sind beide nicht mehr im Bereich. Juhu! Ja, aber glücklicherweise werden die Gebäude ja nicht zerstört. Sondern nur so stark beschädigt, dass sie nicht mehr nutzbar sind. Die Leute drin sterben. Aber das hat ja schon mal was. So, Gentomaten. 600. So dringend brauche ich die noch nicht. Dankeschön. Ersatzteile. Ja, Ersatzteile nehmen wir mal. So. Ups. Was machen wir? Wir machen immer noch Plus. Weil der Wind ganz gut steht. Piu, genau. Jetzt machen wir kein Plus mehr. Interessant. Der ist ja schon voll. Okay, also rein theoretisch kommt wohl genug Strom rein. Nur lagern können wir es tatsächlich nicht. War schon am überlegen, ob ich vielleicht hier noch einen Solar-Dingsbums-Nautrag gebe. Nee, wenn es den tatsächlich noch mit gefüllt hat, dann reicht das wohl. So, 26 essen. Das Problem ist ja, wir müssen ja hier wartungstechnisch hinkommen, ne? Da muss ja einer hinlatschen können. Gut, bauen wir das da trotzdem. Ja, muss ich schauen, wie ich das so kriege. Erstmal baue ich das Ding da. Basta. So. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich versuche ja mal den Abstand zu wahren zum nächsten O2-Generator. Das ist ja wichtig. So. So. Jetzt geht das Gefitzel wieder los. Stark verstärkt, ne? Da arbeiten wir uns durch. Hm. 65 Prozent. Kein Bauplan. Ähm, Blitzableiter wollte ich haben, ne? Den großen. Äh, kann ich da auch hinsetzen? Oh, ich hoffe, das haut hin. Hey! Der ist noch nicht fertig. Okay. Hier haben wir den Plotz. Und ich müsste mich da irgendwie hinabreden. Der muss nochmal weg. Kann man dich auch größer bauen? Ne. Und dieser größer. Nein! Geht mal da. Ach, ey. Oh, ganz kleine Krümel. Ne. Ist auch ein Geduldsspiel. Zu weit weg sein dürfte ich noch nicht, ne? Müsste eigentlich noch passen. Nehmen wir mal was anderes. Da bewegt sich auch nichts mehr. Ja. Ich könnte so einen hier noch hinsetzen, aber ich glaube nicht, dass ich da dann mit dem, ähm, Energiespaßsammelmodul hinkomme. Ich gehe noch da mal eben hin. Du hast nur Medizin. Danke. Brauche ich gerade nicht. Mist. Komm ich nicht ran. Ich lasse den da jetzt bauen. Ich hoffe einfach, dass ich hier rumkomme. Und was jeder bauen kann. Ich brauche einen Schutz für die Kollektoren. Deswegen kommt das da hin. So, Nahrungsmittel steigen deutlich. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ich weiß nicht warum, aber ich möchte jetzt immer sechs bauen. Ne, das wollte ich nicht. Hier, bauen. Da. Könnte ein bisschen was trinken. Da werde ich nicht rausgehen. Da werde ich nicht rausgehen. So, haben wir alles? Haben wir. Luxor ist Marzalsuite. Ersatzteile halten sich noch. Also, es ist eben hier in sich noch. Weisen scheint genug da zu sein. Das haut auch noch hin. Mh, 22 von 22. Mhm. Gut. Müssen wir auch einen bauen. Hätte ich ja auch gern die großen von. Aber bitte von mir aus. Nehmen wir mal die kleinen. Ja, warum nicht? So, auch wieder hängt hier alles an dieser einen Linie, ne? So, kein Wind. Und Nacht. 31, 44, 35. Mhm. Ja, noch haben wir. Noch ist Strom da. Läuft. Läuft, läuft. Nochmal einmerken, ne? Läuft. Nicht hundertprozentig gut, aber läuft. So. Und du hast... Was hast du denn? Also, ich nehme erst mal die vier Ersatzteile. Keine Halbleiter, nur Ersatzteile. Bist teuer. Sehr teuer. Ähm, ähm, ähm... Ähm... So. Dankeschön. Mhm. Mhm. Da wird der leer gelutscht. Tja. Tja. Auch wenn ich bis hier in Kollektoren sammle und so weiter. Das ist ein tierischer Wartungsweg. Wenn ich hier rum mit dem Tunnel gehen könnte, ein bisschen abkürzen, dass ich keine Brücke hier machen kann. Dass ich den Tüppel nicht anzünden kann. Jo, blütz. Mh, 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 mh. Mh, mh. Vielen Dank.